Mesh Steering live im Einsatz, jetzt bei Frag Fritz. Rick hat uns gefragt, wie richte ich Mesh Steering ein und wie funktioniert das dann? Und Rick, das sage ich dir gerne mal. Gucken wir erstmal, was ist Mesh Steering eigentlich, wofür brauche ich das? Ich habe hier meine Fritzbox, wollen wir mal reingucken, meine 7590 und man sieht, ich habe da auch noch eine 7530 dran hängen, das ist die, die genau daneben hängt. Und es gibt auch noch einen Repeater, der ist ein bisschen weiter weg, den brauchen wir gleich noch. Die sind alle vermesht, das sehe ich hier an diesem Symbol, das passiert ja praktisch automatisch, wenn ich die per Knopfdruck miteinander verbinde. Und was bedeutet jetzt Mesh Steering? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit diesem Handy, was aktuell ja an der Box hinter mir angemeldet ist, loslaufe und mich von der Box entferne und Richtung Repeater gehe, dann wird natürlich die Verbindung zur Box schlechter und zum Repeater besser. Und genau dann greift das Mesh Steering, das sagt, hey liebes Handy, melde dich doch bitte mal um, nämlich an den Repeater an, weil dann hast du ein besseres WLAN. Und das Tolle ist, Rick, dafür musst du gar nichts einrichten, in dem Moment, wo die Fritz-Produkte miteinander vermesht sind. Und nochmal zur Erinnerung, das sieht man hier an diesem blauen Symbol, ist Mesh Steering automatisch aktiv. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, deaktivieren, das zeige ich euch nachher noch, aber jetzt gucken wir uns erstmal Mesh Steering im Einsatz an. Dafür nehme ich hier mein Tablet und mein Handy und laufe jetzt einfach mal Richtung Repeater. Ich nutze auf beiden Handys jetzt die Fritz App WLAN, denn zum einen muss natürlich irgendwas im WLAN passieren, sonst greift das Mesh Steering gegebenenfalls nicht. Und zum anderen sehe ich hier wunderbar, was passiert. Ihr seht übrigens gerade da dieses Smartphone hier live in der Ansicht. Und jetzt gehe ich mal hier langsam Richtung Küche, wo wir unseren Fritz Repeater 2400 platziert haben. Und dann gucken wir, was passiert. Man sieht schon mal, dass auf jeden Fall die Durchsatzrate deutlich runtergeht. Und jetzt bin ich hier also in der Küche angekommen und gerade eben ist es passiert, ich sehe live in der Fritz App WLAN, dass jetzt hier die Verbindung nahtlos auf den Fritz Repeater 2400 gewechselt wurde. Und genau das ist Mesh Steering. Gehen wir mal wieder zurück und gucken uns an, wie das auf der Box aussieht. Zurück im Studio und ihr habt gerade Mesh Steering live im Einsatz gesehen. Die Frage war ja noch, wie richte ich das jetzt eigentlich ein? Ich habe schon gesagt, ihr müsst gar nichts einrichten. Wenn die Fritz Produkte vermescht sind, läuft das. Aber ich zeige euch nochmal, nur interessehalber, den Haken, wo man es deaktivieren könnte. Das findet ihr unter WLAN, Funkkanal. Und da haben wir ja normalerweise automatische Einstellungen ausgewählt. Hier könnte ich jetzt sagen oder müsste sagen, ich will die anpassen. Gehe auf die weiteren Einstellungen. Und da gibt es einen relativ langen Satz zur Verbesserung und so weiter. Da steht was mit Bändern und Access Points. Das ist im Endeffekt Mesh Steering. Und wenn ich den Haken hier rausnehme, dann würde das zumindest von der Boxseite her nicht mehr angestoßen werden. Es kann aber trotzdem sein, dass die Geräte von sich aus einfach den Access Point oder auch das Band wechseln. Denn Mesh, da agieren die Clients und die Access Points miteinander. Und damit das funktioniert, muss auch eine gewisse Voraussetzung erfüllt sein bei den Clients. Und die zeige ich euch auch nochmal. Da gehe ich nämlich hier direkt mal auf Funknetz in die Geräteübersicht. Und sehe zum Beispiel, dass mein Handy hier allerlei WLAN-Standards unterstützt. Und vor allem auch hinten steht es 11K und 11V. Und das sind genau die beiden Protokolle, die genutzt werden, um in so einem größeren WLAN-Netz entsprechend mal den Access Point zu wechseln oder auch das Band zu wechseln. Und das muss nicht unbedingt von der Box angestoßen werden. Das können die Geräte dann auch ganz alleine machen. Und wie das nun genau funktioniert, das könnt ihr wiederum in den Ereignissen sehen. Dafür gehe ich hier mal unter System, Ereignisse und WLAN. Wichtig ist, ihr müsst diesen Haken aktivieren, dass ihr auch An- und Abmeldungen protokollieren wollt. Und dann sehe ich hier zum Beispiel, dass sich vorhin die Geräte ganz alleine umgemeldet haben. Aber ich kann jetzt hier auch mal ein bisschen runterscrollen. Und hier habe ich jetzt zum Beispiel einen Eintrag, wo ich schon sehe, einen Klammern Band Steering. Also da hat die Box aktiv dem WLAN-Gerät gesagt, wechsel doch mal bitte das Frequenzband, weil es für dich gerade mehr Sinn macht. Und hier würde ich auch sehen, wenn das nicht klappt, es kann also auch sein, dass ein Client sagt, nein, mache ich aber nicht. Dann würdet ihr sehen, okay, die Box hat es versucht, aber der Client wollte dem einfach nicht Folge leisten. Da können wir dann aber nicht viel daran ändern. Das liegt dann halt am Ende am Client. Im Großen und Ganzen sollte das aber vollautomatisch funktionieren. Ihr verbindet einfach eure Fritz-Produkte. Die sind vermesht. Die Geräte suchen sich automatisch den besten Zugangspunkt. Und wenn sie es mal alleine nicht schaffen, dann hilft die Box ein bisschen nach und sagt, du melde dich doch mal da an. Du wechsel mal das Frequenzband, damit alle Geräte zu jeder Zeit die bestmögliche WLAN-Verbindung haben. Rick, ich hoffe, deine Fragen rund um das Thema Mesh-Steering sind damit beantwortet. Wenn noch Fragen sind zum Thema oder auch zu anderen, dann schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein. Wir werden sie gerne beantworten. Und damit ihr das nicht verpasst, denkt dran, Abo reinhauen, Glocke reinhauen. Und dann sehen wir uns vielleicht schon im nächsten Frag Fritz. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.